Hallo zusammen, dieses Video ist ein Ausschnitt aus meinem längeren Video Das kalifornische Haus. Den Link zum Originalvideo findet ihr in der Videobeschreibung. Die hängende Toilette bzw. die in den USA nicht hängende Toilette wurde ja auch schon oft diskutiert. Wie vielen ja bereits aufgefallen ist, findet man in US-Häusern so gut wie keine hängenden Toiletten. Also in zwölf Jahren in den USA habe ich persönlich nur eine einzige gesehen. Im Privathaus eines ausgewanderten europäischen Handwerkers, der mir erzählt hat, wie schwierig es war, das Teil einzubauen. Aber es gibt sie, theoretisch. Wer danach sucht, hat möglicherweise größere Chancen, auf öffentlichen Toiletten oder in stylischen Hotels fündig zu werden. Aber auch hier wird es schwierig. Im Standard-Toiletten-Display in den Verkaufsräumen der bekannten US-Baumärkte findet man sie eigentlich nicht. Aber wer mal auf die Seite des US-weit größten Baumarkts Home Depot geht und dort nach Wall-Mounted-Toilet sucht, der findet ein wenig an Auswahl zu einem sehr hohen Preis. Das Fehlen von hängenden Toiletten hat verschiedene Gründe, die genau wie bei der Erklärung zum Keller auf eine Antwort hinauslaufen, kosten. Die günstigste hängende Toilette inklusive Spülkasten und aller für den Einbau benötigten Teile kostet in den USA etwa das Achtfache der günstigsten stehenden Toilette, die komplett mit Toilettenschüssel, Anschlüssen und Spülkasten im Karton für bereits etwa 100 Dollar angeboten wird. Dabei sind die exorbitanten Anschaffungskosten nur ein kleiner Teil der Rechnung, die Installationskosten ein wesentlich höherer Faktor. Um die Schwierigkeiten beim Einbau einer hängenden Toilette in ein US-Haus zu verstehen, muss man sich zunächst die Unterschiede im Aufbau der Wand anschauen. US-Häuser bestehen überwiegend nicht aus Beton oder Stein, sondern aus einem Holzständerwerk, das mit Drywall verkleidet ist. Das hat zur Folge, dass unter Umständen erstmal eine Verstärkung des Ständerwerks erfolgen muss, damit der Metallrahmen, der die Toilette hält, nicht zusammen mit dem Holz aus der Wand reißt. Bei der Planung der Toilette, insbesondere in öffentlichen Gebäuden oder zum Beispiel in Krankenhäusern, muss außerdem mit Personen gerechnet werden, die überdurchschnittlich viel wiegen. Also 250 Kilogramm Körpergewicht oder mehr müssen berücksichtigt werden. Das ist wahrscheinlich in Europa auch so, aber die Häufigkeit von extrem schweren Menschen ist in den USA höher. Und diese Sorge hängende Toiletten betreffend, wird in dem einen oder anderen amerikanischen Handwerkerforum als Grund genannt, lieber doch traditionell stehende Toiletten zu verbauen. Richtig groß werden die Schwierigkeiten allerdings beim nachträglichen Einbau einer hängenden Toilette. Der Grund ist das Abwasserrohr. Das befindet sich seit Jahrzehnten mit einer standardisierten Manschette im Boden, in der Mitte der Toilette etwa. Abstand zur Wand beträgt rund 30 bis 40 Zentimeter. Wer eine stehende Toilette durch eine hängende ersetzen will, müsste das Abwasserrohr unter dem Badezimmerboden verlegen, was bei einem Haus auf Stelzen irgendwie noch gehen würde, aber bei einem Haus, das auf einem Slab einer Betonplatte steht, zumindest im Erdgeschoss ein Albtraum wäre. Unabhängig von den Problemen mit der bestehenden Rohrkonstruktion ist es schwierig, einen Handwerker in den USA zu finden, der auf umfangreiche Erfahrungen bei der Installation von hängenden Toiletten zurückblicken kann. Handwerker, die inzwischen generell schwer zu finden sind, haben meistens eine gute Verhandlungsposition, um dem Auftraggeber den Wunsch nach einer hängenden Toilette bei der Projektplanung wieder auszureden. Als jemand, der schon selbst mehrere Male Toiletten in US-Häusern ausgetauscht hat, also weil sie mir zu eklig, alt, hässlich, klein waren, muss ich auch nochmal kurz eine Lanze für die stehende US-Toilette brechen. Ja, sie ist nicht so schick und ja, man kann nicht so gut darunter wischen wie bei einer hängenden Schüssel, aber dafür kann man sie dank der standardisierten Maße und Schrauben sehr leicht austauschen und warten. Die Frage, warum es kaum hängende Toiletten in den USA gibt, kann man zum Schluss natürlich nochmal umdrehen und fragen, warum es weniger und weniger stehende Toiletten in Europa gibt. Neben dem leichten Bodenwischen und der minimalistischen Optik ist ein großer Vorteil der hängenden Toilette, dass sie weniger Platz verbraucht. Da das durchschnittliche Badezimmer in Europa kleiner ist als ein amerikanisches Pendant, ist der geringere Platzbedarf möglicherweise ein Faktor, warum die europäische Wahl häufig auf ein Toiletten-Design fällt, bei dem der Spülkasten platzsparend in der Wand versenkt werden kann und die Schüssel dicht an der Wand liegt. Last and definitely least ist die Erwartungshaltung der Kunden beim Design einer Sache häufig ausschlaggebend für deren Verbreitung. Dem durchschnittlichen Deutschen fällt das Design der stehenden US-Toilette als negativ, weil altmodisch ins Auge. Für den US-Amerikaner ist die stehende Toilette einfach nun eine normale Toilette.